hallo und herzlich willkommen zu diesem video heute mache ich die letzte ausfahrt 2021 hier mit der yamaha wir haben mittlerweile den 29 oktober und ihr seht schon es ist der herbst eingekehrt und ja da habe ich gedacht hier nach feierabend noch mal eine kleine runde drehen heute ist noch mal relativ gutes wetter ist schon ein bisschen frisch aber noch ganz gut zum fahren wird hier für die yamaha hier das saison ende sein ich habe sie ja relativ spät im jahr gekauft und ja war jetzt noch mal ein kleines stück um quasi die saison abzuschließen und da habe ich gedacht nehme ich euch natürlich auf jeden fall noch eine kleine runde mit so mittlerweile habe ich mich auch ganz gut an die yamaha gewöhnt oder die yamaha an mich oder wie auch immer auf jeden fall habe ich schon ein paar kilometer jetzt hinter mir und ja wir sind gute freunde geworden muss ich sagen ist definitiv was ganz anderes wie die mt 10 aber ja für meine zwecke sage ich mal definitiv absolut ja das treffende bike sozusagen ich will ja mehr so in dem bereich touring und ja die ganze sache etwas erweitern dass ich auch mit gepäck und so mal verreisen kann ist ja mit der honda schon durchaus möglich aber hier mit der yamaha ist das halt ja noch mal auf eine etwas agilere art und weise möglich und ja dementsprechend habe ich mich ja dafür entschieden das habt ihr ja schon in den videos zuvor gesehen ja heute werde ich hier die ausfahrt auf jeden fall noch mal genießen mach so ja eine kleine ausrunde einmal quer über den berg und wieder zurück sozusagen und ihr habt mal die drohne mitgenommen hier bei den schönen herbst wäldern werde ich die auf jeden fall auch noch mal steigen lassen gibt vielleicht ein paar schöne aufnahmen und da habe ich gedacht hier mache ich noch mal ein kleines video so als abschluss für die saison 20 21 bin ja eigentlich ganz zufrieden hier war definitiv eine gute saison waren ja relativ viele große touren dabei gerade die odenwald schwarzwald tour das war ja so eine richtig richtig tolle sache also da werde ich nächstes jahr auf jeden fall noch mal was in die richtung unternehmen also mehrere tage mit camping und zelt und so weiter das hat mir richtig gut gefallen und dementsprechend bin ich mal gespannt auf die saison 20 22 aber jetzt schließen wir erstmal die saison 21 ab hier und ja den fotoapparat habe ich auch mit da kann ich vielleicht heute noch mal für meinen instagram account das ein oder andere foto machen das war ja auch ein bisschen schwierig ich habe eigentlich noch lange fotos von der mt 10 dort gepostet und auch videos hier auf youtube reingestellt wo ich die mt 10 schon gar nicht mehr hatte bin ja hier was youtube angeht so ein bisschen in der zeitblase und ja das ist gar nicht so leicht dass das geheim zu halten sagen wir ja doch mit dem neuen moped so ein bisschen seine freude teilen und ja das war jetzt für mich eigentlich relativ schwierig mich da ja so zurückzuhalten sag ich mal dann suche ich mir jetzt mal eine schöne stelle wo ich die drohne gleich mal fliegen lassen kann und dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder bis dann so Bis zum nächsten Mal. 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 Und in 2022 sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich bin mal gespannt, was mit der Honda noch so geht. Die ist ja das ganze Jahr über angemeldet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch dann im nächsten Video. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das macht. Gerne einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.